Servus wir sind auf dem Testserver und ich habe gerade gesehen es gibt drei neue Skins und scheiße die sehen geil aus. Ich zeige euch erst mal die die ich jetzt nicht so pralle finde. Das ist einmal Diamon. So sieht der normal aus. So mit dem Skin. Hat zwar irgendwie was aber ja weiß ich nicht bringt mich jetzt nicht so weiß ich nicht muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So der nächste Kandidat oder die nächste Kandidatin ist Shemira. Kennen wir ja schon aus dem verdrehten Reich. So sieht sie dann als Skin aus. Und jetzt leider ein Held den man so nicht nutzt. Aber scheiße sieht der einfach mal geil aus. Oder? Alter. Schade dass man den nach Level 160 nicht mehr spielt aber meine Fresse der sieht echt geil aus. Das hat was. Na gut das war schon. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Ist mir gerade aufgefallen und einen schönen Abend noch gewünscht. Ciao Ciao.